dann einmal bitte aufteilen jetzt hat er nicht mehr viel hier oben bekommen wir 275 verlust dann hier runter ja wobei da belagert er jetzt schon wir sparen uns mal ein bisschen verschleiß wieso nicht er hat nichts mehr 850 hat er noch nicht mehr ok büben hat die gunst der stunde ergriffen um was geht es denn böhmischer die jure krieg um die graf nur um eine grafschaft von jaslau jaslau hier drüben am büben will richtung knietz noch habe ich das gefühl steckt auch die fühle richtung osten aus jetzt wunderbar so hier ist fertig belagert müsste jetzt hoch ticken wir jagen die 800 noch da ist er schon so mein lieber zweiter krieg in folge und du musst schon wieder klein bei geben und damit ist das herzogtum vollständig liebe leute das freut mich sehr das herzogtum bayern ist damit in hundertprozentiger hand von niz no genauso wie es historisch auch sein muss der knietz noch ran hat mich ein bisserl auf die ostsee region aufmerksam gemacht deshalb habe ich einen durchgang mit preußen angefangen bin mir nicht sicher wir haben mit preußen auch schon mal oder mit brutzen wie sie heißt gespielt gut dann die ganzen in gefangenen da müssen wir uns mal darum kümmern wir haben jetzt neun von acht besitztümern es fällt mir schwer aber bayern muss wieder abgegeben werden wahrscheinlich falkenstein falkenstein hat 0,99 hier wir warten mal einen monat wie es mit engolstadt jetzt hier ist da ist momentan die kontrolle auf 0 wir haben leider wieder nur die grafschaft bekommen wie sieht es denn aus im brutzen hier oben ist das noch groß genug es ist zwar noch ein bisschen groß genug aber nicht so groß genug wir probieren es doch einmal komm so bitteschön das gebäude reaktivieren hier steht wird im nächsten monat reaktiviert jetzt sind schon zwei monate vergangen bitte reaktivieren sie die gebäude ein halbes jahr später und es ist immer noch nichts passiert an jemanden aus der eigenen dynastie vergeben könnten wir machen ja könnte man machen ich habe es bisher immer an jemanden gegeben der halt katholisch ist und polnisch ist genau ich habe da nie so aufgepasst auf die eigene dynastie bin ich sicher weil hier steht ja nichts von der kontrolle ich würde aber ingolstadt und regensburg ich würde die beiden mal behalten falkenstein kommt weg auch wenn da es ist halt schon viel steuer es ist halt doch schon viel steuer auch hier unten wir werden mal ein bisschen warten wir haben ja aktuell noch kein malus davon deswegen warten wir noch etwas ab dann unser wunderbarer marschall kommt jetzt mal nach wird ihn ja fast jetzt erst noch nach falkenstein setzen weil wir hier um die hälfte weniger an steuer bekommen durch die fehlende kontrolle und dann erst rüber setzen zur anderen provinz dann ganz viele leute verkaufen 100 gold sehr schön 21 von 50 wer ist das graf gerulf von frontenhausen das ist der dem frontenhausen gehört nur mal theoretisch gucken wenn wir ihm den titel entziehen würden wir wieder wir haben aktuell wieviel tyrannei noch 16 punkte also das geht wir könnten frontenhausen hier den titel entziehen und das dann gleich auch jemand anderem geben ich würde das machen ich würde das machen das heißt frontenhausen verliert auch noch mal kontrolle dann das tut dann aber schon weh 61 wenn ich ihn freilasse er ist auch nicht glücklich dann er ist ja trotzdem nicht glücklich die sind ja alle so anspruchsvoll wisst ihr was dem wird jetzt der titel aberkannt da wird gar nicht lang gefackelt so dann verkaufen ein bisschen geld fordern dann müssen wir halt die kontrolle ja die kontrolle wieder aufbauen gut so ist jetzt hier schon was glaubst du dass wir wegen der domain schwelle dass wir hier diesen malus nicht weg bekommen dass es deswegen ist das heißt wir müssen es abgeben wir werden faltenstein abgeben ich will die zusammen halten faltenstein und frontenhausen geben wir an eine person dann müssen wir uns weniger damit herum ärgern wir gucken mal in unsere dynastie oberschlesien nozi lauter so junge hupfer hier drin sind alle so jung seht euch das mal an hier hey dankeschön für den 10 monat vielen dank dankeschön der herzog miroslav so hat der denn kein rahmen der heißt herz achso moment sie da ah sie er ist quasi er selber hat nicht den herzogstitel sondern ist quasi nur in anführungsstrichen ehemann ja wir könnten ihm jetzt quasi ja auch was geben komm komm wir machen das mal ich hoffe die werden dann zusammen nicht zu stark irgendwie ne dass die sich dann zusammentun die lumpen das wäre nicht so schön also herzog miroslav der kein herzog ist bekommt frontenhausen und faltenstein und damit sind wir wieder im domänenlimit jetzt gucken wir mal ob sich da jetzt was ändert dann jetzt sind wir ja wieder innerhalb des limits es wird wieder gereimt gucken wir uns gleich an gräfin beatri können wir als ratsmarschall einsetzen minus 100 punkte ja die soll für uns buckeln sehr gut soll sie machen hey liebe bo hallo hallo so mal schauen wie es jetzt aussieht mit dem gedicht erzog asser von jylland schickt mir ein gedicht mein stiefsohn wusste gar nicht dass das ein stiefsohn ist von mir kein mensch muss den letzten abschied scheuen mit edlem herzen macht platz das alte dem neuen hoffnung letztlich eine gnade der erinnerung ist wenn man alles ringen nur noch in fernen gedanken bemisst naja auch so der wäre eigentlich alt genug geht so wir haben wieder meinung verloren bei ihm aber prestige bekommen oder ich habe mir bevor das lief geholt ja ich habe es aber noch nicht angespielt ich weiß noch nicht ob ich es behalte ich spiele das ja immer so ein zwei stündchen an und dann gucke ich mal ob es gefällt und wenn nicht dann wird es wieder refundet geht das immer ein bisschen so wie eine demo dann so feudal steuern erhöhen oder die aufgebote die aufgebote von 158 auf 218 ist schon ganz gut eigentlich dann da falkenstein jetzt abgegeben worden ist setzen wir unseren kontroll nach ingolstadt regensburg wäre vielleicht auch nicht schlecht dass wir regensburg erstmal voll machen dann ingolstadt und hier oben sind sind unsere domänen eigentlich durch also das passt regensburg und ingolstadt ist unser ziel aktuell wir haben so viel gold ja was machen wir jetzt mit dem gnozifer wir können ihn wir können wir können ihn ja jetzt nicht enterben oder so weil er ist der einzige der noch erben kann wir könnten ihn wieder beerben will ich aber nicht weil er schon 51 ist wir müssen wohl damit leben dass er einen mordanschlag auf uns geplant hat er hat mittlerweile zwei kinder ich bin sehr unglücklich über diese situation müsst ihr euch mal vorstellen wir sind so ein alter weiser könig der immer sehr ehrgeizig und bestimmt geherrscht hat und dann stellt er plötzlich fest dass sein einziger erbe den er auserkoren hat ihm in den rücken fällt und einen mordanschlag plant er ist schon 32 wir haben ja extra ihn genommen damit wir mit ihm relativ schnell frömmigkeit aufbauen können und die religion reformieren können und jetzt will er einfach nicht sterben na gut aber das ist einfach so ich werde da jetzt einen teufel tun um da irgendwas zu machen ich werde stattdessen die untertan erpressen so sieht es nämlich aus weil wir uns das leisten können und die mystische kommunion werden wir auch noch abhalten 232 der papst gibt uns ja sowieso keine kohle aktuell von daher ist es nicht notwendig ach es ist schön dass das heilige römische reiche so löchrig ist ich bin sehr stolz auf böhmen und auch ein bisschen stolz auf kniezno dass wir hier so einen pflock in das heilige römische reich treiben gefällt mir es wäre schön wenn ich den nozifer irgendwie oh guck dir mal das an 27% das ist gelinkt nur ich möchte ihn irgendwie ein bisschen triezen so ganz wir könnten ihm die begnadigung gewähren den und zieren machen wir aber nicht bräuchte irgendwas mit piesaken irgendwas mit piesaken wer wäre der zweite in der erbschaft boah das wäre der enkel vom gnozi hier das wäre er hier der klumpfuss hat hier verwaltung und kriegsführung oder wir kerkern dich ein oder treiben dich wir kerkern dich ein und lassen dich hinrichten würden dann vielleicht dass wir noch ein bisschen abwarten wenn er so vielleicht zu 15 ist und wir es wirklich tatsächlich überleben wäre das natürlich eine Möglichkeit dass wir ihn komplett außen vor lassen wir haben halt extra jetzt hier auf die Bildung gewechselt damit wir die Religion reformieren können er macht aktuell den gesunden Körper noch durch also er wird eigentlich sehr lange leben und wir würden dann in die Theologie gehen aber ich hätte schon ganz gut Lust dass wir ihn jetzt einfach mal übergehen und dann mit ihm weiterspielen aber er hat halt nicht die Bildung leider oder wir ermorden ihn jetzt oder sperren ihn ein und lassen ihn hinrichten und wechseln dann seinen Fokus auf die Bildung kann er jetzt leider nichts ändern kann ich denn hier wenn ich hier die Vormundschaft anbiete oh das würde er sogar machen wir machen das mal bei ihm wir werden mal unseren Enkel ausbilden wir erhalten 300 Lebenswandelpunkte 5 Jahre göttliche Führung Freundschaft mit Prinz Gnitz Gnarz ok und können einen weiteren Vorzug wählen machen wir mal oh Kulturinteresse Moment Fortschritt Kulturinteresse sind wir nicht eh schon durch habe ich da was verpasst müssen wir gleich mal gucken sind wir nicht eh schon hier beim doch Moment wieso ist denn jetzt hier auf die Haustruppen habe ich auf die Haustruppen gewechselt wir waren doch bei der Bliede und komischerweise waren jetzt die Haustruppen ausgewählt wir könnten noch beides erleben was Wahnsinn ist 23 Monate hier meine Höflinge leben im Grunde von meiner Großzügigkeit jawohl 455 für ausgepresste Höflinge ja 230 für Prestige brauchen wir nicht wir pressen die Höflinge aus wundervoll wundervoll dann die Ausbildung ist durch jetzt wenn ich mal hier gucke wir gehen mal trotzdem auf die Bildung vielleicht ist es noch nicht vielleicht ist es noch nicht zu spät wir selber haben aktuell neun Punkte das heißt das ist nicht unbedingt eine gute Voraussetzung für die Ausbildung aber vielleicht haben wir Glück und ich hatte auch schon Fälle wo die Leute dann besser eine bessere Ausbildung zum Schluss hatten obwohl der Vormund schlecht war wie bei Leuten die gut waren also wo der Vormund gut war und die sind dann irgendwie ganz schlecht geworden Polen schaut aus wie eine Drei Tatsache weil wir hier zweimal so Würste reingedrückt haben nun ok hier oben wird immer noch der Anspruch fingiert was haben wir denn noch jetzt momentan können auch gegen Ungarn vorgehen Ungarn immer noch Exkommunizierung und gegen Dänemark Dänemark aber Dänemark ist da hätten wir jetzt zwei Ansprüche die ein bisschen zu weit entfernt sind da würde ich jetzt nichts machen ich bin jetzt erstmal zufrieden und wir lassen mal das Spiel ein bisschen laufen guck mal was wir sonst noch machen können würd gern mal zur Ritter einladen Anspannung ist keine da oh wir müssen wieder ein bisschen in unsere Gemeinde investieren das wurde ja alles mittlerweile schon gebaut also einmal hier noch die Welle und Türme ausbauen dann die Höfe und Felder ausbauen da geht so viel Geld jetzt drauf dann hier unten in Regensburg die Herrenhäuser noch 2300 weil sobald wir sobald wir dann nämlich die entsprechende Kultur das entsprechende Kulturinteresse haben können wir wieder schön in die in die Vollen beim Kriegsvolk gehen weil wir dann einfach zu viel Kohle auch haben und dann ist das überhaupt kein Problem hier gibt es gar nichts mit Kohle irgendwie das ist sehr enttäuschend oh Jagdreviere 95 gut war das alles hier oben wir müssen erst im Kulturinteresse wieder schön weiter kommen Ingolstadt könnten wir noch machen und dann sind wir bei 1500 das ist erstmal vollkommen okay ich bin mal gespannt ob das Heilige Römische Reich sich der Schmach erwehren möchte und vielleicht irgendwann mal zum Gegenschlag ausholt momentan verliert es gegen Böhmen und verteidigt auch noch gegen den Franzosen jeweils beim Krieg um eine Grafschaft ja da wenn du einmal ne einmal Schwäche gezeigt dann stützen sich alle wie die Geier auf dich das geht mir auch ab und zu so jetzt gehen Maria beeinflussen tapfer und ersättlich sprunghaft weise Frau die liest bestimmt auch ganz gern ja nutze ich fast nie hier meinst du meinst du das hier in der Domäne hier drin das nutze ich eigentlich fast nie hier ja da siehst du halt nur wo noch nicht gebaut wird aber so viel Domäne haben wir jetzt auch nicht dass wir die nicht durchklicken können so eine gefährliche Fraktion zur Abwechslung mal der Bauernpöbel in Kalisch wieso denn in Kalisch und Ingolstadt wieso denn in Kalisch wieso ist hier immer noch Angriffskrieg drin die haben wir schon seit 100 Jahren annähernd und Ingolstadt wir müssen die Kultur wahrscheinlich ändern machen wir hier die Kultur irgendwie raus mal von bayerisch auf polnisch hm wir lassen die Bayern Bayern sein machen wir gar nichts wir haben die 80 erreicht Leute wir haben die 80 erreicht es ist ja wunderschön hätte ich nicht gedacht noch 17 Monate wir können ja mal ein bisschen noch schneller das machen das ganze die Frage ist wo steuern wir jetzt überhaupt hin sollen wir hier oben wird ja noch Anspruch fingiert momentan das ist jetzt das ganze jetzt aber das letzte Mal dass wir es probieren auf das Herzogtum hm wir haben jetzt für das Kaiserreich das Großreich haben wir 55 von 80 das heißt wir brauchen definitiv noch ein bisschen mehr wir wollen die Religion reformieren damit wir endlich alle nackt rumlaufen dürfen das sind eigentlich die zwei Ziele die ich mir für den Durchgang gesetzt habe die die dich auch wie das ist ein Untertitelung des ZDF, 2020